oh mein gottes war das war ein dreiecks pass ein dreiecks pass muss ich gegen irgendwelchen araber noch mal hier um 0 uhr war ich bin das ist ähl äh äh , Untertitelung. BR 2018 ich bin so krass im loch und spiel noch mal zu nemar gaming junior die playstation ist so laut ich wollte gerade so krass aufschlagen was für abseits den hat er doch gespielt oh mein gott ist das krank oh mein gott ist das krank den ausgleich haben sie sich wirklich verdient richtig gutes und ausgeglichenes spiel fifa deutschland perfektes beispiel für diese weekend league jedes mal jeden und die nerven nimmt perfektes beispiel perfektes beispiel und stream liegt weiter das sind immer die komischen die sie ist wo eigentlich das nicht unbedingt am eigenen internet liegen kann ja und danke für dein follow 300k für benzemar headliner wer spielt den freiwillig das kann doch nicht wahr sein junge das gibt es nicht der was für ein player pick williams drin das ding abgefällt vom verteidiger da würde ich sagen das macht sinn sogar man kennt sie ja auch so leckeres tor bony für hollitt sagte eigentlich schon ja mit bony wurde hollitt gezogen und der mann hat nein 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 ist das frech ich bin schon vor seinem tor und seine spieler grätschen und blocken alles cpu sichere tor bony kassier nur scheiß tor immer und wieder tor schau und tor digger ich bei mir digger bei mir blockt kein schwanz ein ball herr begann oh mein gott kein schrei Was ist das blau? Portugal! Öste! Oh nein, Alter! Digga, was ist das? Bruder! Oh no, 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 no! Oh no! Oh! 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 So fühl ich mich! Ich kann nichts machen! So感じ! So fühl ich mich. Und so fühl ich mich. Ich kann nichts machen! Untertitelung des ZDF, 2020